Was geht ab? Wir reagieren heute auf, wenn Fußballer denken, sie spielen FIFA. FIFA Skills in Real Life und da dachte ich, passt es? Ich verlos heute ein originales FIFA 22 Trikot an einen von euch, das EA mir netterweise zugeschickt hat, aber ich will es an euch geben. Alles, was ihr dafür tun müsst, wenn ihr das haben wollt, ist mir auf Insta folgen, at SpideyLukas und hier unter dem Video euren Insta-Namen kommentieren. Ja, und natürlich Abo auf Neck da lassen. Let's go! Was ist das? Was sind das für Tricks? Erstmal Panda geschoben, er dreht sich selber noch und der andere geht komplett fliegen. Ui, das ist original. Wenn ihr am rechten Stick müsst ihr den hier machen, dann kommt sowas bei raus. Alter! Jesus! Wirklich Jesus, Alter. Ey, Özil ist so ein Baller, Alter. Er kann halt einfach mit Kaugummi öfter hochhalten als ich mit einem Ball. Welchen haben wir da? Nein, 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 solche Tricks gibt es gar nicht, Alter. Solche Tricks gibt es nicht. Ich glaube, wir sind nicht mal in FIFA. Ja, der war stark. Der war stark. Und dann auch so, passt ihr hoch. Hör mir auf. Hör mir auf. Die Maria auch. Unnormaler Baller. Bei die Maria hat man eh das Gefühl, der nimmt das nicht ernst. Also, das heißt wirklich nicht ernst, aber der will lieber die Gegner hops nehmen, als er wieder irgendwas anständig zu machen lässt. Wer es zu will. Ey, Jungs! Die Reaktion von dem Mitspieler macht das Ganze zehnmal besser. Ich schwör's euch. Ich schwör's euch. Depay? Ey, er ist einfach Verteidiger. Ja, er spielt mit ihm. Er spielt mit ihm. Bruder. Oh, Marcelo, Maschallah, da noch gerechnet auf der Lira Langsleiter. Geist gleich. Oh, und dann den noch schön Brötchen holen geschickt. Bro. Alter, das war halt diese Anthony-Drehung, Alter. Er hat nur mit rechtes Dicke so. Er macht's halt einfach im Spiel, Alter, ne? Das ist... Ja, Mbappé. Kennen wir alle. Mbappé, Maschallah. Alter, ich kann mich nicht satt sehen daran. Popper geht mit einem Elastico durch zwei Leute durch Dritter. Aber dann scheitert er noch am Keeper. Oh, 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 oh. Nö, ist hier, Alter. Ja, was ist das denn? Oh mein Gott, was ist das denn? Ist es Tammy Airbress? Yo, er komplett in die nächste Liga gerutscht. Bring mir ein Croissant mit, Alter. Was ist das für ein... Ey, ey, das sind Moves, die habe ich wirklich noch nie gesehen. Das ist ein... Das ist ein purer Disrespect. Das ist purer Disrespect. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ey, wenn der nicht in der nächsten Aktion hüfthoch weggegrätscht wurde, dann weiß ich auch nicht. Weil das kann es ja nicht bringen. Junge, er hat noch Panna geschoben. Boah, diese Drehung war auch so clean, wie er den Ball da über seine Hacke springen lässt. Jo, ich würde so ein dickfett auf TikTok hochladen, wenn ich sowas da machen würde. Aber ich habe leider nie solche Aktionen. Böse, einfach böse. Okay. Bruder, ich weiß nicht, in welche Richtung der dribbeln will, aber der dribbeln halt trotzdem durch alle durch. Bruder! Ich wollte gerade sagen, das muss Bale sein, oder? Das ist, ey. Alter, aber wie er danach rutschen geht. Hilfe! Da hast du aber auch keinen Bock mehr dann zu spielen, Alter. Normal. Cristiano, auch mal dabei. Oh, der ist böse, der ist böse. Denkt an das Trikot, Leute. Dann werdet ihr auch so ein Baller. Wie der Kollege da. Alter, was ein Panna, ne? Danach vorbei. Fußballkarriere vorbei von dem Gegner. Dani Alves. Dani Alves, sogar Ronaldo-Patter geschoben. Hazard Prime. Junge. Gibt kaum was Schöneres als Hazard Prime. Aber jetzt ist Hazard einfach nur Fettsack geworden, Alter. Sorry. Es tut mir leid. Boah! Alter. Aber kurz Robbe geworden. Mit ein bisschen Ball auf Kopf balancieren. Wie kommst du denn auf die Idee im Spiel, so einen Touch zu machen, so einen Rückentouch und damit den Gegner dann nass zu machen? Also, würde ich im Leben nicht drauf kommen, Alter. Und Neymar macht noch so weiter, Alter. Mit Rücken annehmen. Und dann nimmt er die Gegner nochmal, Hops, Alter. Also, das ist Neymar. Triple Hops-Nehmung. Ja, warte, ey. Und jetzt Rabona-Ey, wenn du dann noch eine Rabona-Flange bzw. Rabona-Pass machst, dann ja vorbei. Dann vorbei. Aber man sieht's leider nicht. Wäre safe Elba, oder? Oder Freistoß vielleicht noch. Aber geil gemacht. Der Vini, Alter. Ja, ey. Ey. Boah, wenn du den Gegner so schwindelig tanzt. Das ist original FIFA. Ey. Erst mal dieser Hacke zu Hacke, oder wie der heißt. Einfach random im Mittelfeld machen. Das ist 1 zu 1 FIFA. Einfach mit der Mittellinie irgendwelche Tricks machen. Aber hat ja geklappt. Er geht zweimal durch zwei Mann durch. Wie zur Hölle. Okay, über Messi brauchen wir nicht reden. Ist kein Mensch. Ist kein Mensch. Wie der da durchgeht, ist nicht menschlich. Viele denken, auch weil ich Ronaldo-Fan bin, würde ich Messi nicht mögen. Messi ist geisteskrank. Ich mag Ronaldo nur mehr. No, ey. Yo, was? Er hat selbst mich aufgenommen. Ey. Naja, Ronaldo halt probierst, ja. Tschüss. Ey, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, Alter. Wilde Skills auf jeden Fall. Wilde Skills. Was? Nein, nein, nein. Er hat gerade einen Skill erfunden. Das habe ich noch nie, also nicht mal ansatzweise in meinem Leben gesehen. Wenn ihr das Trikot haben wollt, auf Insta folgen und Instagram kommentieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ach so, ist übrigens Trikot Größe M. Sollt ihr ihn fassen. Haut rein. Ciao.